Zum Thema Wärmequelle. Wir haben hier in unserer Ausstellung einmal ein 10 Meter tiefes Loch. Da unten hängt Thermometer drin. Und das zeigt jetzt hier 12 Grad an. Und es ist relativ egal, ob ich das da im Januar rausziehe oder im August. Wir haben da unten eigentlich hier mal 12 Grad. Das ist so ein bisschen das Prinzip der Erdwärme, dass man sich zunutze macht, dass die Temperaturen im Erdreich das ganze Jahr über gleich sind. Und in diesem Loch sitzt jetzt eine Erdsonde. Es gibt zwei Varianten der Erdsonden. Das eine ist die Tiefensonde. Das heißt, da bohrt man wirklich ein Loch von 100 Meter Tiefe. Wir haben hier in Gütersloh und Umgebung meistens die Bodenverhältnisse, dass wir ungefähr 20 Meter Sandboden haben. Und danach kommt eine Mergelschicht. Die hat sich in der Eiszeit da mal reingeschoben. Das ist eine Steinschicht. Und auf dieser Mergelschicht, da steht das Grundwasser. Und das Grundwasser, das ist in Bewegung. Das fließt vom Teutoburger Wald Richtung Dahlke, so mit einer Geschwindigkeit von einem halben Meter pro Tag. Und das ist auch der Grundunterschied zwischen den beiden Sondenvarianten. Also einmal die Tiefensonde, die wirklich 100 Meter tief geht, also durch diese Mergelschicht durch und die unten im Stein steckt. Und den Spülsonden, die wir häufig machen. Da gehen wir nämlich nur bis 14 Meter Tiefe. Das heißt, wir hängen die in diese oberste, grundwasserführende Schicht rein. Jetzt kann man sich vorstellen, wir haben eben gelernt, wie die Wärmepumpe funktioniert. Die Sonde sitzt hier drin und dadurch zirkuliert jetzt das Wasser-Glykol-Gemisch. Je länger die Wärmepumpe läuft, desto mehr Wärme entziehe ich natürlich dem umliegenden Boden. Und das Erdreich rund um die Erdsonde kühlt sich ab. Deswegen ist es ganz entscheidend bei den Erdsonden, wie schnell eine Wärme nachfließen kann. Also wenn irgendwann der Boden kalt ist, dann ist natürlich auch die Wärmequellentemperatur für die Wärmepumpe geringer. Wenn ich im Grundwasserfluss bin, dann habe ich im Prinzip einen Tag später schon wieder neue Wärme vom Nachbaraumstück, wenn man so will. Und deswegen ist die Erdsonde, die ich nicht so tief reinhänge, die im Grundwasserstrom hängt, vom Austausch her wesentlich besser als die, die unten im Stein hängt. Ich muss natürlich dafür mehrere Erdsonden machen. Das heißt, ich habe nicht einmal 100 Meter, sondern ich habe 12 mal 14 Meter. Das heißt, ich habe nicht mehr Wärmequellentemperatur für die Wärmequellentemperatur für die Wärmequellentemperatur.